Abtreten! Servus, der ist heute angesufen. Zurück in die Zellen! Das ist der erste Fall, dass mich hier jemand in der Kirche in Tränen ausbricht. Gesteh, du Lump, dass du nur Hetz halber geweint hast. Meine Gehorsamste, Herr Fellkorath, ich weichte dem allmächtigen Gott und Ihnen hochwürdiger Vater, der Sie an Gottes Stelle sind, dass ich wirklich nur Hetz halber geweint habe. Ich habe gesehen, dass zu Ihrer Predigt ein gebesserter Sinn erfällt, den Sie vergeblich in Ihrer Predigt gesucht haben. Nur so habe ich Ihnen die Freude machen wollen. Du fragst an, mir zu gefeiern. Zu welchem Regiment gehörst du denn? Und warum bist du denn da? Nein, Herr Fellkorath, ich geh zum 91. Regiment, und dass ich wirklich nicht weiß, warum ich hier sitze, ich habe halt nur ein Pech. Ja, du gefällst mir wirklich. Ich muss mich beim Herrn Aditur über dich erkundigen. So, aber jetzt tue ich mich nicht länger mit dir unterhalten. Ich will die heilige Messe vom Hals haben. Also, kehre dich! Abtreten! I dem is er ist. Wo ist denn die Bibel? Bitte da ist die Schnapsflaschen. Amen. Das, was beim Anblick der Zeremonie des Feldkorates die Seelen aller erfüllte, war nicht der Mystizismus Gläubiger oder die Frömmigkeit wahrer Katholiken. Es war ein Gefühl wie im Theater. Es war ein Gefühl wie im Theater. Es war ein Gefühl wie im Theater. Das war ein Gefühl wie im Theater. Das war ein Gefühl. ...